Okay Leute, wir suchen heute nach Adopt Me Pets in Brookhaven und wir werden 100 pro 1 finden, versprochen. Okay, aber wo suche ich am besten als erstes? Also hier in der Natur liege ich vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Moment mal, was ist denn da vorne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist ja mein Eimhorn!